Was zur Hölle ist da denn gerade runtergefallen? Ich glaub da sind Gegner Wo mir kommt, ne? Die kommen absolut in unsere Richtung Der ist cracked, der eine Der einer ist cracked, das können wir pushen Ne, nicht Oh mein Gott Und die Zone kommt, ja Ja Hinter euch Liga, der will ihm ja nur mich, was ist denn da los? Oh mein Gott Hier Digga Kann, kann mich einer bitten Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll Digga, ich bin überfordert Ja Ach man ey Loll der Typ hat aufgeben Raid 5.000 ft Digga, der Typ kann einfach springen, während er die Sachen aufnimmt das sind übel zu schwitzen habe ich gemerkt ich gehe jetzt auch auf was er denn für ein kerl alter die raid springt einfach während sie aufhebt soll er zieht mich der dorst typ ich glaube die haben das alles so hingepackt dass sie entweder teabangen während sie sachen aufheben oder spielen jetzt haben auch viele die raid hat beim aufheben ist die ganze zeit gesprungen sie hat was aufgehoben und ist immer immer gesprungen werden sie was aufgehoben hat lächerlich ich gehe jetzt entspannt ein paar videos gucken